Das Westküsten-IPA von Ratsherrn ist ein absolutes Muss für jeden Hamburger Jung. Ratsherrn, die Marke, gibt es schon seit über 50 Jahren und war schon fast verschwunden, wurde dann aber 2010 mit einem neuen Design ausgestattet und ist tatsächlich jetzt über die Lande hinaus bekannt. Hier herrscht Tutti Frutti Alarm im Glas, aber trotzdem kommt da noch so eine gewisse Würze hindurch. Schmecken tut es dann auch sehr nach einer Fruchtbombe, bisschen so Grapefruit, aber man riecht auch die Zitrusfrucht daraus, es ist einfach sehr, sehr bekömmlich. Das Westküsten-IPA von Ratsherrn passt tatsächlich zu fast allem. Asiatisch ist perfekt, was auch sehr gut geht, ist alles, was irgendwie auf den Grill kommt und natürlich auch Fisch.